Zum Beispiel, dass einfach mal der Spielstand abkackt. Apropos abkacken. So, sorry, wegen diesen Lecks hier. Das passiert eben, wenn ich mit dem Emulator abspeiche. Aber hey, besser als wenn jetzt wieder irgendwas abstürzt und wir... ...nochmal alles nachspielen können. Was heißt wir? Ihr seid ja nicht dabei. Hier habt ihr eure Ruhe. Ich muss wieder den ganzen... ...Kack hier bringen. Ey, das kützt ja nicht, ey. Ich freu mich schon, wenn das endlich zu Ende ist und ich mal was anderes spielen kann. Es wird... Es wird übrigens kein... ...ja, 64 Spiel mehr kommen, sondern was anderes. Weil im Moment habe ich einfach keinen Bock mehr auf 64 Spiele, obwohl ich noch einige hätte. Ich könnte ja mal Mario Kart Let's Play, auch wenn es ziemlich nutzlos ist. Das bräuchte ich vielleicht... Ja, let's play together. Let's play together. Aber wer würde mit mir spielen, außer meine Mutter? Und naja, äh... Naja, das will ich... ...jemandem zumuten. Okay, wir spielen hier mal ein Liedchen. ...ja, ja, ja, ja. Nein. Und tschüss. So, dann bitte einmal wieder in die Berge. ...ja, dafür könnte ich die Entwickler wirklich schlagen, ey. Bitte schön, dann gehe ich eben nach draußen. Meine Güte, kann man sich nicht worben, wenn man irgendwo in den Keller ist, ey. Das gibt's ja nicht. So, dann eben draußen nochmal flöten. Kann ich mich jetzt bitte teleportieren? Dankeschön, Bergsiedlung. Ja. So, Satz mit X, THX. Bitte einmal Grone. Einmal Flöte. Und einmal... ...Auge der Wahrheit. So, der da oben wibbert noch rum. Alles klar. Boah. Penner. Okay, hier ist es nicht. ...ja, dankeschön. Wenigstens kommt's nicht in dem Moment, wo ich über den... ...Abgrund schanzen will. Boah, zieht bloß Leine, ey. Wow. Okay, da ist das Herzteil. Da ist ein Schneeblock. Und da ist noch einer. Bang. Und da kommt noch einer. Bang. Oh, da gibt's ein Herz. Weg. So, hier müsste es... Genau. Da hinten sehe ich schon wieder so ein Flatterviech. Das werde ich gleich mal wegballern. Dass wir da auch in Ruhe rüber können. Ja, das war jetzt sehr geistreich. So. Na, wo ist es? Da drüben ist es. Und tschüss. So. So. Vorsichtig, Link. Vorsichtig. Vorsichtig, hab ich gesagt. Hörst du mir nicht zu? Na, bitte. Funktioniert doch. Jetzt stehen wir hier gerade in der Luft. Ähm. Fanghecksche. Boah, alter. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört. Es ist ein... Mofa vorbeigefahren. Ähm, ja. So, und wir haben den neuen Herzcontainer bekommen. Und wo ist denn meine Plattform? Hilfe! Ah, toll. Ist auch geistreich. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Nein, ich sitze hier fest. Super. Na, toll. Ja, hau ab. So, das ist dann das Vorvorletzte auf der Liste. Wie gesagt, nicht, ähm, in echt, sondern... Ha, es wäre nämlich schön. Sondern auf der Liste. Das ist auf der letzten Seite hier. Ähm. Okay, das kommt alles erst später auf den Friedhof von Icana. Ah, in der zweiten Nacht, da können wir sogar noch ein Herzteil holen. Juhu. Juhu. Wir holen noch ein Herzteil. Wir holen noch ein Herzteil. Im Spinnhaus am Meer. Dazu kommen wir noch. Dann in Unruhsstadt und in Icana Canyon. Ach, das im Icana Canyon haben wir sogar geholt. Zoraling übergibt die Meeresurkunde dem Dekohändler. Dafür bekommt er 200 Rubine. Genau, das haben wir gemacht. Leute, uns fehlen nicht mehr viele Herzteile. Mal ganz kurz durchzählen. Okay, wir haben eins. Ach, wir haben den Herzcontainer schon vorher bekommen, okay. Ähm, ja. Wir haben ein Herzteil. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier. Wir bekommen noch vier Herzteile. So. Vier Herzteile. Vier mal vier sind ja sechzehn. Minus eins heißt 15. Uns fehlen noch 15 Herzteile. WTF. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Fünfzehn. Tatsache. Ich hab sogar alles angehakt. Das ist ja mal hammerhart. Das ist meine persönliche Bestleistung. Weil beim letzten Let's Play von Ukraine of Time, da hab ich ja was vergessen gehabt. So. Okay. Gut. 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 Äh. Ja, okay. Egal, egal. Jumpen wir mal wieder hier runter. Und, und, und. Klettern hier hoch. Und, und dann gehen wir zum Friedhof. Ja. Ist gut. Ne, äh, Taya ist gut. Ich weiß, dass du da bist. Ja, dankeschön. Ach, guck mal, der Baum stimmt, wir sind immer noch da. Okay. Ach so, stimmt, wir sind ja bis jetzt noch gar nicht zurückgereist, ne? Boah, du Penner. Ja, ist recht. Ah, guck mal, da spiel ich das Lied und dann ist es wieder gut. Da hast du dich. Umsonst bemüht. So, hey. Ich rede mit dir. Alter, du Penner. Ich hab doch die Maske aufgehabt. Ja, Hauptmann. Ja, will ich dir auch raten. Ja, mach mal auf das Grab jetzt. Ja, zack, zack, geht das. Im Gleichschritt. So. In der dritten Nacht können wir nochmal ein Grab öffnen lassen. Und da bekommen wir dann mit dem komischen Totengräber, ähm, die letzte Flasche. Oh, völlig umsonst. So, hier hilft uns das Auge der Wahrheit mal wieder weiter. Ich würde mal kurz hier mein Liedlein trellern, weil ich jetzt mein Schwert wieder brauche. So, wir lassen es mal regnen in der Höhle, ist gar kein Problem. So, mach mal an, das. Ah, wie mies. Das ist doch mal wieder mies. Ey, auch für Zelda ist das mies. Also, Bogen raus. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Und siebenmal. Nö, sieht man ohne das Auge der Wahrheit gar nicht. Okay, hier brauchen wir mal wieder Meinungsdurchsetzungswerkzeug. So, so sieht das nämlich mal aus hier. Ah, guck mal, unser Werder Freund ist auch wieder da. Hallöle, wie geht's so? Oh, tschüss. Was denn? Seine Rüstung aber nicht sehr stabil. Link geht. Link wollte wieder nicht ins Zielfernrohr gehen, aber ist ja schon alles vorbei wieder. So. Da ist der Zauber auch schon wieder rum. Und wir haben das nächste Herzteil, das ich mir gleich wieder ankreiden werde. Das ist aber auch das Einzige, was ich mir hier ankreiden lasse. So. Äh, wo war denn das jetzt wieder? Im Ikania Canyon. Nö. Auf dem Friedhof von Ikania in der zweiten Nacht. Er erledigt jeden Gegner hier und bekommt ein Herzteil. Da waren ja auch so viele, dass man schreiben muss, jeden Gegner. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das mit dem Mond-Herzteil verhält. Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Fahr zur Hölle. Okay, ich mache jetzt mal nur die Skulpturas platt, weil ich gedacht habe, wir bekommen vielleicht was, wenn wir alles platt machen. Aber dem war ja nicht so, deswegen gehe ich jetzt hier einfach nur durch. Ja, du mich auch. So. Dann hätten wir das auch. Äh, wo geht's jetzt wieder? Oh, da geht's runter. Gut. Okay. Ja, 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 ja. Ist doch gut. Ist doch gut. Schild, euer Leben. Schild euer Leben. Ich tue euch nix, ihr tut mir nix. So einfach ist das. So Epona, wir reiten ins Städtle. Und spiel Stadtland-Volodos. da oben ist eine kiste aber die ist mir sowas von wurscht weil es den inner biene drin ja ich weiß nicht wie sich das jetzt mit dem mond herz teilen verhält ich glaube die einsammelt dann okay dann sind die ja eigentlich gespeichert oder ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich dir dann zuletzt ich weiß es jetzt gar nicht eigentlich müsste ich dir zuletzt machen weil wir zum schluss in den mond gehen oh gott jetzt habe ich gespoilert weil ja wir gehen ja zum schluss in den mond da würde ich diese würde ich sagen die vier herz teile holen ich ganz am schluss aber ich weiß nicht wie sich das verhält die gespeichert werden oder nicht bringen dann irgendwie eigentlich auch nix alle herz teile zu holen weil okay ja doch doch im endboss kampf ich werde übrigens den endboss kampf in beiden varianten durchführen ja es gibt zwei varianten vom absoluten endboss kampf aber dazu sag ich mehr wenn es soweit ist zuerst mal müssen wir hier rubyne einzahlen so dann gehen wir jetzt ja auch schon in die tausender grenzen über die tausende grenzen meine ich in die tausende grenze in den tausender bereich höchstens so auch hier habe ich die versprochene prämie 4 rubyne das bringt ok 5 ok stimmt 5 doch wurscht in dem spinnenhaus am Meer es kommt dann alles später auf der romani range will dann noch mal später kommen der google der verborgen schreien von nikana die komische maske ich habe ja den dieb nicht gestellten den laden ab 22 uhr geöffnet richtig 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 warten was noch mal mit der maske der nacht die uns noch fehlt ja ich weiß es nicht ich würde sagen ich beende jetzt die aufnahme weil ich habe jetzt wirklich keine lust mehr auf zelda das hat mich jetzt alles heute sowas von angehen ja angereizt sage ich jetzt mal vorne im ausgedrückt die fünf verbine sind jetzt sowas von bursch ja rom absturz hier pack da pack überall bugs spielstand nachgestellt und was weiß ich nicht alles ja war heute mal wieder eine katastrophenaufnahme ich habe eigentlich gehofft es wird besser aber tja naja nächstes mal geht es dann in den fels turm und ja ich würde sagen wir reisen zurück in die vergangenheit beziehungsweise zurück zum ersten tag ich werde dann auch gleich noch mal die spielstände absichern auf meine externe festplatte dass da nichts passiert und mal gucken was dann noch so sein wird ich hoffe dass x kraft x noch mal online kommt was er ja zurzeit nicht ist tja naja dann frage ich immer wegen dem live stream und dann kommt sicher noch ein ankündigungsvideo das ankündigungsvideo wird wahrscheinlich schon lange gewertelter live stream wird schon lang vorbei sein wenn ihr diese aufnahme hier seht also er hat der mann bis zum ersten tages und die kekse gamer verabschiedet sich aus dieser aufnahme von mach schon das mask bis zum nächsten mal wenn euch meine videos gefallen dann lasst doch ein abo da ich würde mich jedenfalls freuen und ja bis zum nächsten mal euer de kekse gamer tschüss tschüss